Ja, wir haben einen neuen Song gemacht, der erste von zwei, und ich habe versucht, dieses Wort auf Englisch zu übersetzen. Es ist ein Wort, das in der deutschen Sprache braucht, der heute steht, das wäre auch wirklich, weil man es noch sehr gerne von den ganz guten Linksradikalen. Und ich habe einen Song der beiden Folgen, der meinte, der Song heißt, Forkstab, und ich meine, das klingt scheiße. Und deswegen ist das jetzt der erste Song, der einen deutschen Namen hat, und er ist Forkstod. Das ist ein bisschen beim Wasser-Munition, der geil ist. Das ist ein bisschen beim Wasser-Munition, der geht nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Wir haben neue T-Shirts im Sortiment, die ihr vielleicht schon gesehen habt. Wir machen kein Gewinnspiel. Ich fordere euch alle auf, beim nächsten Mal auf die Bühne zu kommen und eine Textpassage mitzusingen. Ihr könnt jetzt sagen, es ist Riot. Am Anfang der zweiten Strophe singe ich This System Sucks. Ich werde es vorsingen, dann werde ich euch sagen, dass ihr auf die Bühne kommen dürft. Und wer den krassesten Schrei macht, kriegt den schon in den Sonnen. This System Sucks!